Grüß Gott und herzlich Willkommen in Zimmer 326 des Hotel de la Paix in Reims in der Champagne. Ich werde mir die nächsten Tage ein bisschen die Champagne anschauen und zeige euch mal dieses kleine Best Western Hotel. Hier erstmal das Badezimmer, angenehm groß, eine schöne Dusche, ist da an der Seite die üblichen Seifen und Duschbäder und so weiter, sind da ein kleiner Duschspiegel, eine Föhntoilette, alles vorhanden was man braucht, ganz im Gegensatz zu dem netten kleinen Hotel letzte Woche in Cognac, aber darüber wollen wir hier nicht reden. Im Schrank ist ein kleiner Tresor vorhanden, genauso wie ein kleines Kaffeekochset, so wie Schuhpussdienste, das war ein bisschen laut, außerdem ist der Schrank auch groß genug, wahrscheinlich für die üblichen Business Gäste hier, mit einer Kofferablage, ja und dann kommen wir auch schon hier ins Zimmer, schön grün eingerichtet, ein schönes helles Lindgrün, nicht zu groß, nicht zu klein, alles da was man braucht, ein Flatscreen Fernseher, freies WLAN, ein Wasser gibt es gratis, eine Mini Bar ist vorhanden, Telefon und was besonders schön ist, ist außerdem der Blick in den Innenhof, da hat man einen kleinen Blick hinaus auf ein kleines moderneres Gastro Outlet vom Best Western Hotel und dann hier auf die alten Fassaden bzw. die alten Hinterhöfe von Reims. Ja, das macht doch schon mal Lust auf ein schönes Glas Champagner, das werde ich in einem Stündchen zum Abendessen haben und wünsche euch viel Spaß dabei und ja, kommt doch mal hier die Champagne, hier, hier gibt es leckere Weine, leckere Sachen zu trinken und die Gegend ist traumhaft. Ciao, servus, pfiat euch.